was kostet ein amerikanisches auto an steuern im jahr das ist eine gute frage da braucht ihr gar nicht lange rumzusuchen oder euch über diverse steuerrechner im internet zu informieren es gibt vom bundesverkehrsministerium eine homepage auf der könnt ihr genau ausrechnen was euer amerikanisches auto an steuern kostet oder kosten würde die technischen daten die dazu braucht kriegt ihr von uns die stellen wir euch gerne kostenlos zur verfügung fragt einfach ruft uns an dann könnt ihr euch genau ausrechnen was euer auto an steuern kostet das war's kurzes video dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal